Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Serie des Reafer Tagebuches. Es hat sich einiges getan, es ist einiges passiert, es sind überraschende Daten eingetroffen und das schauen wir uns gleich genau an. Ja Leute, ihr seht, das Becken steht recht gut hier, wie immer eigentlich schon fast, würde ich schon fast behaupten. Es gibt wenig Probleme und ja, ich nehme es gerade in den frühen Morgenstunden auf, ja frühe Morgenstunden ist geprahlt, es ist jetzt kurz vor 10, das Licht fährt langsam hoch und ja, ganz allgemein muss ich sagen, habe ich hier in dem Becken eigentlich keine Probleme mehr, keine großen. Jetzt geht es an Sachen, die sich im Nachhinein rächen und das sind so einige Sachen, wo ich jetzt erstmal gleich drauf eingehen möchte. Vorher möchte ich aber kurz eine Kleinigkeit richtigstellen. Ich hatte in dem Livestream, im Review zu den Aquamedic Pumpen, hatte ich eine Behauptung aufgestellt und da nehme ich euch jetzt mal mit aufs Pad. Und zwar ging sich das um die Sichtbarkeit der Pumpen, beziehungsweise der Pumpenbezeichnungen in der App. Das hat hier bei Apple was damit zu tun, ob man den Dark Mode anmacht oder den normalen Modus anhat. Kann ich euch eben kurz zeigen. Ich habe jetzt, wie ihr hier seht, den Dark Mode an und es ist immer noch keine Bezeichnung unter den entsprechenden Apps zu sehen. So, jetzt gehe ich hier mal raus, gehe in meine Einstellung rein, sage jetzt mach es hell und gehe wieder in die App rein. Siehe da, sie ist dann dementsprechend, die sind die Pumpenbezeichnungen da. Das ist eine Sache, die mir, ja, pauschal gesagt entfallen war und die ich als Stock und Steif da behauptet hatte, war natürlich nicht ganz so richtig. Ja, also Fakt ist, Pumpenbezeichnungen sind da, wenn man die dementsprechend in den hellen Modus reinschaltet. Zum Thema Aquamedic, da habe ich dann auch noch eine Kleinigkeit, da komme ich dann jetzt gleich zu. Ja, Leute, ich habe euch mal mit runter ins Technikbecken genommen und es geht sich um ein kleines Tool, was ich bei der Vorstellung der Ocean Queen vergessen habe, euch zu zeigen. Und zwar ist das dieser süße kleine Pinsel hier, dieser Brush. Der ist dafür da, um unten im entsprechenden Laufrad während des laufenden Betriebes dieses Laufrad zu reinigen. Also wenn ich jetzt tatsächlich eine Filterung habe, die einige Sachen durchlässt, kann es sein, dass sich zum Beispiel Futterreste oder ähnliches unten in dem Powerwheel da unten dementsprechend verfangen. Und mit dieser Bürste kann ich im laufenden Betrieb darauf eingehen und das zeige ich euch jetzt mal, blende euch jetzt nochmal ein separates Video ein. Ja, Leute, ihr habt gesehen, einfache Sache mit dem Bürstchen einfach in den laufenden Betrieb da rein. Das ist möglich, weil dieses Powerwheel ja anders aufgebaut ist. Ich blende euch das nochmal ein. Es hat keine Verzahnung außen freiliegen, sondern es hat halt, wie gesagt, diesen geschlossenen Ring. Und dieser geschlossene Ring kann halt auch nur vernünftig arbeiten, wenn der auch sauber ist. Klar, logisch. Und deshalb gibt es dieses kleine Tool dabei. Und das habe ich dann dementsprechend regelmäßig gemacht, damit die Abschäumerleistung dann auch stimmt. Ja, das kann dann schon mal verdrecken, aufgrund der Tatsache, dass es halt ein geschlossenes System ist. Nicht so offen wie bei den anderen. Bei den anderen Abschäumerrädern hast du Nadelräder, die dann teilweise, ich sage es mal, von außen, wenn da was drankommt, können die abbrechen oder so. Das ist hier nicht der Fall. Und ja, dadurch, dass man das Ganze dann halt jetzt mit diesem Bürstchen sauber halten kann, haben wir auch immer eine optimale Abschäumerleistung. Ja, Leute, das zu den Kleinigkeiten, die ich vergessen habe. Und das, was ich noch geändert habe, blende ich euch auch gleich noch ein. Das kommt dann nach dem, was ich euch angekündigt habe. Ich habe eine ICP machen lassen und ich war ganz schön verwundert. Ja, Thema ICP. Bei einer ICP sehen wir grundsätzlich das, was wir, die momentan Aufnahme eines Zustandes, wie es Aquarium zu dem Zeitpunkt theoretisch gesehen ist. So, jetzt hatte ich das Problem, dass hier und da bei mir, wie zum Beispiel hier vorne, kann man das sehr gut sehen, die Spicifera ist ziemlich hell geworden. Oder weiter hinten, blende ich euch auch kurz ein, ist eine Stellata, die ist auch recht hell geworden. Und ich habe mir gedacht, verdammte Axt, was soll das? Warum ist das so? Warum werden die Heller und Bekannte, die hier hingekommen sind, haben auch schon gesagt, verdammt, bei mir sieht die aber besser aus. Ich sage, ja, keine Ahnung. Ich sage, ich will nicht hoffen, dass da irgendwas fehlt. Und ja, aufgrund der Tatsache bin ich dann jetzt erstmal hingegangen und habe eine ICP gemacht. Und die schauen wir uns jetzt mal genau gemeinsam an. Und ich habe dann anschließend auch mit dem Oliver Pritzel drüber gerätselt, warum, weshalb, wieso. Aber wir gehen erstmal in die ICP. Ich nehme euch mal wieder mit aufs Pad. Und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ihr seht hier, ich habe mich eingeloggt. Ich habe hier meinen Bereich, einmal für den Reefer, dann einmal für die Osmose. Und unten seht ihr noch das alte Becken, den Kubikus, also sprich hinten das Projektbecken. Gehen wir erstmal in die Osmose rein, weil die ist nämlich recht interessant bei mir. Ich habe die Aquamedic-Anlage mit 5 Liter Harz dahinter. Und was sie mir momentan jetzt reingepumpt hat. Ihr seht, da steht der 0,0, allerdings oben bei den Spurenelementen 94 von 100. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an, was das ist. Und zwar ist das Zink. Komischerweise ist Zink durchgekommen. Ich weiß nicht warum. Aber alles andere ist hier tatsächlich auf Null. Also wir haben kein Silikat drin, wir haben keine Schadstoffe drin, wir haben kein Silizium, was durchkommt. Nur das Zink ist durchgekommen. Daraufhin bin ich natürlich erstmal hingegangen, habe meine 4 Liter Harz ausgetauscht. Gegen Neues von Aquamedic. Und, äh, nee, von ATI. Weil das von Aquamedic, das Verfärbe, Harz, also sprich, ja, das ist noch ganz normal. Also es hat noch nicht genug Silikat aufgenommen. Das zeigt ja nur an, wenn es Silikat verbraucht ist. Wenn das Harz verbraucht ist, wenn es zu viel Silikat aufgenommen hat. Dann verfärbt sich das. Aber, ihr seht, bei Zink schlägt das nicht an. Dann gehen wir jetzt mal zurück zu meiner Osmose, nee, Analyse vom Reefer. Und die schaut folgendermaßen aus. Ich mache es mal ein bisschen größer. 94 Prozent. Und, äh, da kann ich mit Fug und Recht sagen, da bin ich recht stolz drauf. Diese 94 Prozent, äh, da muss ich allerdings auch sagen, ich dosiere hier nichts zusätzlich in das Becken rein. Gar nichts. Es wird, wenn ich mal einen Wasserwechsel mache, einen Wasserwechsel mit Absolute Ocean gemacht. Und ansonsten dosiere ich hier nur die Essentials Plus. Und diese Essentials Plus, das ist das Ergebnis jetzt von der längeren Laufzeit. So. Wir sehen, ich bin ein bisschen hoch in der PSU. Bei der Karbonathärte war ich auch was hoch. Zu dem Zeitpunkt lag ich etwas höher, weil ich etwas angepasst habe. Also, die Werte im oberen Bereich sind alle soweit gut. Was uns sehr, was sehr viele interessiert, ist meistens auch das Strontium oder das Fluor. Und ihr seht, äh, beides sind Idealwerte. Also, äh, Strontium bei 8,13, ähm, Idealwert 8,18, ähm, das Fluorid 1,32, 1,33. Also, genau, Spitzaufknopf, so wie das sein soll. Ohne, dass ich irgendwas hinzugepackt habe. Lithium ist ganz normal drin. Und Silizium ist, äh, etwas erhöht, ähm, allerdings nicht durch die Osmose. Ähm, beim Jod bin ich etwas drunter. Das hat damit zu tun, da ich ja sowieso die ganze Zeit über Aktivkohle arbeite. So. Und jetzt kommt die Sache, wo der liebe Onkel dann erstmal einen Schock gekriegt hat hier. Mein Nitrat liegt bei knapp 50. Wo? Verstehe ich nicht. Seht ihr da irgendwas, was 50 Nitrat nach 50 Nitrat aussieht? Ne, ich auch nicht. Hat auch den Grund, dass Nitrat eigentlich keine großen Auswirkungen hat, wenn alles andere an Material da ist. Es ist nämlich ein Abfallprodukt am Ende eines Stickstoffkreislaufes. Ja. Ja, also Ammonium, Ammoniak, Nitrit, Nitrat. Und dieses Nitrat, das, was im Endeffekt hinten überbleibt, ist das, was wir zu viel haben. Was hinten raus muss. Was abgeschäumt werden muss. Was unseren Korallen nicht wirklich schadet, aber auch nicht nutzt. Ja, jetzt bin ich mit dem Oliver hingegangen und hab gerätselt, verdammt nochmal, woran liegt das? Ja, sagt er, ganz einfache Sache. Du hast eine Nitratschleuder im Becken. Ja, ich überlegt, überlegt, überlegt. Wo kann sie sein? Und ja, ich hab eine Nitratschleuder im Becken. Und es ist wieder auf meine Faulheit hinzuführen. Und zwar blende ich euch ein, meine Cups. In den Cups waren unten so hohe Schwämme drin, die ich nicht regelmäßig mit ausgespült hab. Ich bin nur hingegangen und hab den, dementsprechenden, die Watte, die oben drauf lag, damit die Watte nicht so weit runter geht, hab ich diese Schwämme da reingepackt und hab diese Schwämme eigentlich ignoriert. Hab gedacht, ja, Nitrat ist wichtig. Ja, denkst du, Schätzchen. Nicht, dass Nitrat ist wichtig. Nicht, dass Nitrat ist das, was unsere Korallen brauchen, sondern das Material auf dem Weg dahin. So, jetzt bin ich auf zwei Wege gegangen. Einmal hab ich die komplette Filterung da unten, die Feinfilterung, rausgenommen. Und hab gleichzeitig unten in meinem Becken eine Pumpe installiert, damit im Technikbecken eine entsprechende, ja, ich sag's mal, Verwirbelung entsteht. Und, ja, lass den Abschäumer alles machen. Und ihr seht, es ist nichts anderes da unten drin. Nicht mehr. Ja, ähm, Thema Algenreaktor gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist ein separates Thema. Da werde ich jetzt hier auch nichts zu sagen. Ähm, aber ihr seht, da unten ist nichts weiter drin in dem Becken. Also, gar nichts. Und genau so soll es im Endeffekt auch sein. Aus dem einfachen Grund, weil unser Abschäumer das rausholt, was er rausholen soll. Und diese, ja, ich sag mal, die Schwämme hab ich immer gepredigt. Ich hab Wein gepredigt und Wasser getrunken oder umgekehrt. Wie war's? Nein, egal. Ähm, ich habe diese Schwämme nicht gereinigt. Und das war der Grund, warum mein Nitrat im Endeffekt gestiegen ist. Aber, wie schon jetzt gerade festgestellt, Nitrat ist in Korallen vollkommen wurscht. Was hier interessant ist in der ganzen Sache, ähm, seht ihr ein bisschen tiefer, ist das Phosphat. Das liegt bei einer charmanten und sportlichen 0,1. Das ist auf mein Fütterungsverhalten wieder zurückzuführen. Und ich bin jetzt im Gegenzug auch wieder hingegangen und hab meinen Absorber reingepackt. Arbeite mich gerade runter auf eine 0,7. Äh, 0,07. Und, ähm, ja, es passt langsam. Wir kommen langsam dahin, wo ich wieder hin will. Alle anderen Werte, äh, sehen recht gut aus. Ich hab hier ein Aluminium drin, der auch recht sportlich ist. Aber dieses Aluminium ist, ähm, ja, uninteressant für die entsprechende Biologie, beziehungsweise für unsere Korallen. Auch das ist Aussage ATI, Labor. Dieses Aluminium kann reingetragen werden durch Futter, durch ähnliches. Ich hab hier nichts, was Aluminium hätte, äh, im Becken drin. Also kann es nur übers Futter reingekommen sein. Ähm, und es ist nicht schädlich für unsere Korallen. Also deshalb kann ich das geflissen nicht ignorieren. Was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich das Nitrat, also sprich, ich hab die Ursache des Nitrats komplett entfernt. Ihr seht, das Becken ist klar, das Becken ist sauber. Wenn ich euch jetzt mal ein Bild von hier einblende, äh, und ihr dann durchschaut, das Becken ist komplett, äh, schwebstofffrei. Und ich brauche diese extra Filterung da unten tatsächlich nicht. Danke dafür, Oliver. Ja, ähm, wenn das Ganze vernünftig aufgewirbelt ist und in den, äh, Schacht reingeht und dann unten im Technikbecken nochmal verwirbelt wird, dann holt der Abschäumer das Ganze raus. Und der da unten macht eine verdammt gute Arbeit, die, die Ocean Queen von Aquamedic. Ja, das zur ICP. Wie gesagt, 94 Prozent, kann ich stolz drauf sein. Ich arbeite, arbeite jetzt an den Kleinigkeiten. Um jetzt aber das Problem mit der Farbgebung wieder in den Griff zu bekommen, bin ich jetzt hingegangen und, ähm, dosiere tatsächlich Stickstoff, also N von ATI. Und das nur erstmal in kleinen Mengen. Weil ich ja gleichzeitig im Umkehrschluss schauen muss, dass ich mein Nitrat weiter runterkriege. Und, ähm, tatsächlich ist, ähm, in meinen Augen, glaube ich, schon ein bisschen mehr Farbe reingekommen. Es dauert natürlich. Ich will auch diesen Kreislauf nicht zu sehr durch die N-Zugabe, ähm, belasten. Das mache ich jetzt, damit die Korallen dementsprechend wieder mehr Farbe bekommen. So, wenn mein Nitrat dann weiter nach unten gegangen ist, kann ich dann dementsprechend die Zugabe vom N wieder reduzieren, weil das dann dementsprechend ja über den normalen Kreislauf wieder reinkommt. Weil der Schwamm hat ja im Endeffekt das umgesetzt, was meine Korallen da oben gebraucht hätten. Und das ist genau die Sache, die ich im Endeffekt verhindern will. Und deshalb jetzt erstmal die, ähm, vorsichtige Zugabe von N und gucken, wie es dann im Endeffekt mit den Werten aussieht und schauen, dass der Nitratwert nach unten kommt. Und sollte das dann der Fall sein, sollte der dann wieder in einem normalen Bereich, ähm, Anführungszeichen, äh, hinkommen, äh, kann ich dann die Zugabe vom N reduzieren und schaue mir dann an, im Endeffekt an, was die Korallen, äh, wie die da darauf reagieren. Das ist auch wieder so eine Sache. Wir haben zwar diesen Wert, Nitrat, ja, aber tatsächlich ist dieses Nitrat für uns zu 99% uninteressant, wie ihr seht. Also das Becken, das steht wie eine Bombe, ähm, mal abgesehen, dass hier und da ein bisschen was, ähm, ja, ein wenig blass ist, aber, äh, ihr seht selber, das ist Nitrat 50 und, äh, die Farben sind da bei einigen und, äh, die interessiert es nicht. Was tatsächlich wichtig ist, ist der KH-Wert, es ist der pH-Wert und es ist, ähm, das Phosphat, ja. Wenn ich das im Griff habe, und da bin ich ja jetzt gerade schon wieder dran, das, äh, sauber hinzukriegen, dann haben wir dementsprechend genau das erreicht, was wir erreichen wollen. Ja, viele haben mich auch angeschrieben, es gibt da einige, die auch das Problem mit Nitrat hatten, da wusste ich allerdings noch nicht, dass es so schlimm ist, ähm, denen habe ich dann empfohlen, ähm, mit entsprechenden, ähm, Kohlenstoffträgern da ranzugehen, kann man machen, äh, bringt aber auch wieder die Biologie ein bisschen in, ja, ich sag es mal, verrutscht das Ganze ein kleines bisschen. Dann wird unterschiedlich, äh, abgebaut. Man kann damit seinen Wert drücken, ja, aber, ähm, im Endeffekt ist dieser Wert eigentlich egal. Das Problem, was im Endeffekt entsteht, wenn ich mit Kohlenstoffträgern arbeite, sei es jetzt Wodka, sei es jetzt, äh, was auch immer, was halt an Boostern, Bakterienboostern angeboten wird, ist, ich gehe hin und booster natürlich meine Population an Bakterien. Das ist, ähm, und das habe ich auch, äh, entsprechend aus der, äh, von ATI, ähm, in dem Moment baue ich natürlich einen größeren Bakterienstamm auf, diese Bakterien gehen hin und setzen um und drücken mir meine Werte, klar, logisch, und dann gehen viele hin, ich unter anderem auch, und setzen das Produkt sofort ab. Heißt, die Population ist groß, ich setze deren Futter, deren Boosterfutter ab, und, ähm, dementsprechend haben dann sehr viele Bakterien nichts mehr zu futtern und sterben ab. Was passiert in dem Moment? Wir haben eine Biomasse, die wieder im Becken drin ist, ähm, und somit meine Werte wieder steigen. Richtig, äh, die richtige Vorgehensweise wäre, diese Produkte langsam aber sicher anzuheben und zu gucken, was passiert, und wenn man dann merkt, okay, es tritt ein entsprechender Effekt auf, dann wieder hinzugehen und diese Produkte langsam aber sicher, wenn man sie dann benutzen will, abzusetzen. Nicht schlagartig, weil, wenn ich sowas schlagartig absetze, dann habe ich den Effekt, genauso wie ich den jetzt habe, ähm, Entschuldigung, Ladies, ähm, dass der Wert dann exponentiell zügig nach oben getrieben wird. Das kann unter anderem auch ein Grund gewesen sein, warum ich einen Nitratwert von 50 hatte. Also, ja, okay. Ja, Leute, das Nächste würde ich sagen, äh, gehen wir mal ein bisschen auf Refactory ein. Salinity Guardian habe ich momentan am Laufen, aber diese Sonde hat einen Defekt. Ich bekomme jetzt nächste Woche eine Neue zugeschickt. Ähm, da war irgendwas nicht ganz dran in Ordnung an der Sonde. Warum, weshalb, wieso, keine Ahnung. Pff, ähm, ich werde dementsprechend eine Neue kriegen und dann muss die erst wieder eine Woche einlaufen und, und, und. Also, ich denke mal, im nächsten Jahr werde ich euch explizit was zu diesem Gerät sagen können. Pauschal gesagt, so wie sie im Moment läuft, ähm, sie läuft ein bisschen daneben, ähm, sieht es ganz toll aus, wenn sie dann noch den richtigen Wert anzeigen würde. Aber, wie gesagt, durch diesen Defekt an der Sonde, ähm, zeigt sie nicht den richtigen Wert an. Ich bekomme eine Neue und, ähm, dann ist das Thema durch. Solltet ihr ein ähnliches Problem haben, wendet euch direkt an Refactory selber und, ähm, dann ist das Thema auch recht schnell gegessen. Ihr wisst, der Support von denen arbeitet sehr, sehr zügig. KH-Keeper, kann ich sagen, tut immer noch das, was er soll. Er überwacht, er greift ein, wenn er soll, beziehungsweise lässt eingreifen über die X3 natürlich, über die Dosierpumpe. Ähm, ich habe ihm ein bisschen mehr Spielraum gegeben aufgrund der Tatsache, weil ich ja jetzt hier, ja, ich sag mal, immer noch nicht da bin, wo ich hin will mit der Stabilität in der Biologie. Wenn die Biologie nicht stabil ist, dann habe ich natürlich auch unterschiedlich schwankende KH-Verbräuche. Und wenn ich schwankende KH-Verbräuche habe, ähm, bin ich auch nicht in der Lage, eine Flatline hinzuziehen. Also habe ich ihm den Spielraum zwischen 7,65 und 7,4 gegeben und dann dementsprechend die Aktionen dafür vorbereitet, was er machen soll, wenn diese Werte überschritten, beziehungsweise unterschritten werden. Und, ähm, das Ding läuft, wie gesagt, spitz auf Knopf. Level-Keeper tut auch sein Ding, meine Konstruktion mit der automatischen Nachfüllung. Ähm, es ist tatsächlich so, habt ihr ja jetzt auch in der ICP gesehen, dass ich einen höheren Harzverbrauch habe. Ähm, hat tatsächlich damit zu tun, wie ihr auch am Anfang gesagt habt, dass jedes Mal, wenn man die Anlage anschmeißt, dementsprechend erstmal Schmutzwasser, beziehungsweise ganz viel Dreck durch die Membran durchgeht und dann anschließend erst das gute Wasser kommt. Dementsprechend ist das dahinter geschaltete Harz auch schneller verbraucht. Ja, ist nun mal so, habe ich aber auch gesagt, ist mir egal. Ähm, nehme ich in Kauf. Dafür habe ich aber auch kein Problem mehr mit der Nachfüllung und das Ding funktioniert auch spitz auf Knopf. Entsprechende Kurve kann ich euch jetzt hier mal einblenden. Entsprechende Spitzen, die da drauf zu sehen sind. Ähm, sind vom Eingreifen, ähm, dass ich mal einen Wasserwechsel gemacht habe oder dass ich mal ein Gerät installiert habe, dass da mal nachgefüllt werden muss, weil das Gerät dann dementsprechend mehr Wasser aus dem Technikbecken herausgezogen hat und dann der Level abgesackt ist. Es tut alles das, was es soll. Meine Sicherungen unten und hier oben funktionieren einwandfrei. Und, ja, was soll ich sagen? Dosierpumpe X3 tut auch das, was sie soll. Sie dosiert sauber. Ich habe jetzt, letzten Monat habe ich sie erst kalibriert und, ähm, ist tatsächlich immer noch, es war eine minimale Abweichung, aber das, das kommt mit der Zeit. Also, wenn, wenn ein Gerät mit der Zeit läuft, ähm, dann kann das auch erstmal relativ wurscht sein. Wenn ich da jetzt meinetwegen 7ml eingegeben habe und der hat eine 7,5 reingepackt, äh, dann kann man das auch erstmal so hinnehmen. Ähm, ja, aber alles in allem, die Geräte tun das, was sie sollen. Ähm, mit den entsprechenden Wartungsintervallen, äh, laufen sie sogar sehr, sehr gut und ich bin damit äußerst zufrieden. Ihr seht auch selber, ich blende nochmal eben kurz beim, äh, KH-Keeper, habe ich ja die, den, greife ich den, den, den pH-Wert ab. Und ich habe hier tatsächlich auch durch die, ähm, Abdeckung und durch den, durch die Arbeit mit dem Atemkalk einen pH-Wert, der grundsätzlich über 8,0 ist und, äh, eine Schwankung von 0,3 hat. So, jetzt ist der nächste Step, den ich gerne machen möchte, um diese Schwankungen, ähm, etwas zu reduzieren, dass ich, ähm, unten, ja, ich sag mal, wie eine Art Ventil dran mache, um den pH-Wert zu steuern. Also sprich, entweder Außenluft nehmen oder Luft über den, ähm, über den Atemkalk. Problem an der Sache ist, diese Ventile, habe ich jetzt auch nur vom Hörensagen, wenn ich die meinetwegen anschalte, dann ist ja da dauerhaft Strom drauf und dann entwickelt sich da Wärme. Zudem muss ich ein Ventil haben, was, ähm, nach Möglichkeiten aus Kunststoff ist, weil, ähm, Metall im Endeffekt, ja, was abgeben könnte und ich das dann mit ins Becken eintrage. Also, das ist noch ein Projekt, da komme ich dann später zu. Ähm, aber da möchte ich da halt hingehen, das ist auch wieder so einer von diesen Werten, der wichtig ist für unser Gesamtgefüge. Ich habe jetzt eine Schwankung von ungefähr einer 0,3, also plus minus 0,3. Und das geht, das ist normal in unseren Becken hier, aber natürlich nicht, ähm, ich sag jetzt mal immer, da haben wir ganz, ganz leichte pH-Schwankungen über den Tag, aber die, äh, sind dann meistens nur, wenn überhaupt, bei 0,5. Und, äh, nicht bei einer, ähm, nicht 0,5, äh, 0,05, so. Und das ist natürlich das, wo wir im Endeffekt hinwollen. Wir wollen unseren Tieren ja hier eine stabile Umgebung, ähm, dementsprechend präsentieren, beziehungsweise zur Verfügung stellen, damit auch alles dementsprechend, ja, vernünftig wachsen kann, damit sie keine Schwankungen haben, weil jede Schwankung ist natürlich eine Störung für das Tier, ist Stress für das Tier und dann kann es sich dementsprechend nicht so entwickeln, wie sie sollen. So, einen Punkt haben wir noch. Und zwar geht es sich um meinen Japonicus, der sich gerade hervorragend hinterm Riff versteckt. Ich hatte ja gesagt, ich besorge mir hier das spezielle Futter vom Dr. Basler, also sprich das Bio-Fisch-Food Maritim M. Und das ist das Futter, was, äh, den Fisch unappetitlich machen soll für die Kryptokarien, für unsere Pünktchen, ähm, kann ich jetzt nicht so direkt unterschreiben. Ihr seht, da kommt er. Ich versuche den gleich mal etwas näher einzukriegen. Er sieht definitiv besser aus. Aber, jetzt kommt das Aber. Ähm, ich habe hier unten natürlich auch meine Filterung überarbeitet und das blende ich euch auch ein. Ich nehme das Wasser direkt jetzt hier aus der Beruhigungskammer, führe es durch den, durch die UVC und dadurch, dass ich keine Feinfilterung mehr habe, wird es dann dementsprechend vor der, ähm, vor dem Abschäumer dann wieder ins Becken entlassen. So, das ist natürlich effektiver. Ich habe vorher das Wasser hinten in der Kammer entnommen, hinter der Filterung. Das heißt also, ich konnte eigentlich gar nicht zu diesen Bakterien vordringen. Die gegebenenfalls dahin, ähm, beziehungsweise zu diesen entsprechenden Schädlingen. Behaupte ich jetzt mal stock und steif, weil die müssten ja theoretisch dann in der Watte erstmal hängen geblieben sein. Weiß ich nicht. Fakt ist, ich habe mehr oder weniger zwei Dinge auf einmal gemacht. Ich habe einmal das Futter gefüttert. Das geht hinten über den, ähm, über den Futterautomaten, den ich dafür leider etwas, ähm, modifizieren musste. Ich habe nämlich das Material, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist ganz fein. Ähm, und das ist relativ schlecht über den, äh, Mai-Feder da hinten zu dosieren. Entweder es kommt brachial viel raus, oder es kommt gar nichts raus. Ähm, deshalb habe ich den ein kleines bisschen modifiziert, habe dann, äh, ein bisschen was ausgefräst an der Lippe, und das funktioniert jetzt einigermaßen. Es kommt halt immer was rein. Also, er wurde konsequent jetzt mit dem Futter gefüttert, und gleichzeitig habe ich halt auch die Anwäh, ähm, die Anordnung der UVC geändert. Und ich bin der Meinung, er hat definitiv, äh, sieht er besser aus. Die Augen sind auch wieder etwas heller geworden. Er hat dann eine Trübung an den Augen gehabt. Und, äh, da sind jetzt auch keine Pünktchen mehr. Also, toi, 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 er ist auf dem Weg der Besserung. Ähm, legt sich natürlich jetzt hier und da immer wieder mit meinem Fuchsgesicht an, weil der Fuchs ist, ähm, ja, so wie es ausschaut, hier momentan der Dominante im Becken. Und nicht hier meinen Japonicus. Oder Rotmeer oder Gelber Dog. Also, der Fuchs macht hier momentan den Larry. Sieht man auch bei dem, jetzt ist er wieder weg, äh, Japonicus, der hat hier und da, hat er sich mal mit dem angelegt, da hat er ein paar Kratzer auf der Seite gekriegt. Ist alles wieder verheilt, aber, ja, Ja, was soll ich sagen? Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Becken steht im Endeffekt, wie ihr seht, sehr gut da. Ich würde sagen, ich mache jetzt gleich nochmal, ähm, dementsprechend gehen wir nochmal durchs Becken. Dann könnt ihr euch nochmal die Korallen und alles genauer anschauen. Und, ja, sollte ich noch irgendwas vergessen haben oder solltet ihr Fragen haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Und, ähm, ja, ich würde sagen, ich gucke mal, was ich das nächstes Wochenende rausdrücke. Wahrscheinlich, äh, wird es wahrscheinlich irgendwann kurz erklärt, wenn ich dazu komme. Wir haben momentan extrem viel Stress an der Arbeit und, ähm, deshalb kommt dieses Video hier auch, äh, sehr viel später, wie gewohnt. Aber, das ist eine Sache, die interessiert euch ja nicht. Äh, wir wollen ja hier über Aquarien reden und nicht über mein Privatleben. Also, euch interessiert nur, da ist wieder ein Video geil. Auf geht's. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao. Ich zähle auf euch. 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 Ich zähle auf euch.